Die Cosmoboles haben sehr, sehr viele Leute in Deutschland schon kennen und lieben gelernt. Ich habe letztens eine Story von Marek, dem Hersteller dieser Köpfe, gesehen, wie er uns ein paar Einblicke in die Produktion gegeben hat. Und dann hatte ich eine sehr, sehr tolle Idee und habe dem Marek geschrieben, ob er mir die einzelnen Produktionsschritte und so eine kleine Tour aus der Fabrik einmal abfilmen könnte, damit wir ein Video darüber machen können, wie diese Köpfe produziert werden. Und dann hat der Marek gesagt, habe ich schon. Und dann hat er mir einen Link zu einem YouTube-Video von ihm geschickt. Und das ist dieses Video hier. Und genau deshalb gucken wir uns heute einmal an, wie die Cosmoboles hergestellt werden. Das Video ist leider auf Russisch, das heißt, so viel verstehen werden wir nicht, aber wir können uns ja trotzdem einfach mal die einzelnen Produktionsschritte angucken. Und das ist übrigens schon der Marek, also der Hersteller, hinter den Cosmoboles. Und ich habe mir natürlich für dieses Video auch eine schöne Cosmobole angemacht. Wir sehen auf jeden Fall schon mal irgendwie einen Haufen Ton neben ihm. Wir sind in der Lagerhalle. Dann erzählt er uns wohl, dass er schon zu allen möglichen Sachen Videos gemacht hat. Sei es Tabakproduktion, Pfeifenproduktion und Co. Aber wir wollen natürlich sehen, wie die Köpfe hergestellt werden. Okay, kleines Intro, wo wir schon mal ein paar Sneakpeaks bekommen. Das sah tatsächlich nach verblüffend viel Handarbeit aus, von dem, was ich schon so gesehen habe bei den Cosmoboles. Alter! Okay, wir sehen einen Haufen Cosmoboles in verschiedenen Farben. Hier hinten relativ hell, hier ist es slightly dunkler und hier vorne schon sehr, sehr dunkel. Und wirklich tonnenweise Ton hier hinten am Start. Und die Verpackung für die Cosmoboles, nice. Also, die haben wohl zwei Fabriken und in der ersten stellen sie 630 Köpfe pro Tag her. Und dann haben sie die zweite gegründet, die fast doppelt so viel produzieren kann. Also ungefähr 1000 am Stück. Das ist natürlich krank. Okay, dann haben sie so 10 Kilo Tonpakete da. Und die packen die wohl dann aus und dann machen wir ein paar Köpfe. Also, die werden erstmal in Stücke geschnitten. In Würfel. Wild. So ein Würfel war einmal diese Cosmobol hier. Wild. 10 Tonnen Lehm jeden Tag. Klingt sehr, sehr viel, oder? Okay. Dann haben die da so eine Presse. Packst du einfach so einen Würfel rein. Und die Presse drückt dir dann praktisch eine Wurst raus, damit du es schon mal in der Rundenform hast. Da unten sehen wir jetzt, wie die Tonwurst da rausgedrückt wird. Also, es scheint zu helfen, aber es ist wohl trotzdem ziemlich anstrengend. Okay. Und dann haben wir den Lehmblock in eine Lehmwurst verwandelt. Und das wilde Gerät schneidet uns die jetzt in einzelne Touren, in einzelne Tonstücke ab. Und dann haben wir aus unserem Lehmblock, also aus unserem Tonblock, einzelne Rohlinge für den Kopf gemacht. Das heißt, diese zwei Dinger da werden dann auch mal zwei Cosmobols. So, der nächste Schritt ist eine kleine Presse oder so eine Art Dremel. Das heißt, der Kopf wird aufgespannt, kriegt schon mal so grob die Form. Also, wir sehen oben das Gegenstück. Das sieht schon mal nach dem Depot aus. Ah, okay, es wird komplett reingepresst. Okay, also es ist doch eine Presse, die sich dreht, um den Tonrohling schon mal so grob in die Form von dem Kopf zu bringen. Aber da ist natürlich noch ein bisschen viel dran und das sieht noch nicht so richtig nach einer Cosmobol aus. So, die Form stimmt natürlich noch nicht ganz. Wir haben noch keine Löcher im Depot und so weiter. Also, das muss noch irgendwie reinkommen. Und von dem Schritt war ich irgendwie mit am meisten überrascht. So, jetzt haben wir den nächsten Schritt, von dem ich eben gesprochen habe. Da wird jetzt der neue Rohling eingespannt und dann kann er in Form gebracht werden, zumindest von außen. Das ist so ein klassischer Dremel. Das heißt, der dreht sich sehr, sehr schnell und dann kannst du mit verschiedenen Werkzeugen den Kopf da bearbeiten. Und jetzt wird der in Form gebracht, so wie wir die Cosmobol dann auch final kennen. Dann fehlen aber natürlich noch die Löcher und natürlich auch die Form. Aber da hat dieses Tool praktisch genau perfekt, um eine Cosmobol herzustellen. Einfach ein bisschen von links nach rechts wippen. Und deshalb sehen die Cosmobols, trotz dass sie handgemacht sind, so geisteskrank ähnlich aus. Klassische Drehbank. Noch mal ein bisschen mit dem Lappen drüber, um das Ganze ein bisschen smoother hinzubekommen. Und dann sieht das in der Cosmobol, in der fertigen Cosmobol schon sehr, sehr ähnlich. Unten noch den Rest abschneiden, damit wir es unten auch schön clean haben. Und dieses kleine Tool benutzen die, um diese typischen Rillen hier drauf zu bekommen. Das heißt, genau diese Rillen hier, die ihr hier an der Cosmo seht, kommen genau in diesem Schritt an der Drehbank mit diesem Tool dran. So, einfach einmal kurz dran halten und drum herum laufen lassen und fertig. Das ist noch der Stempel für das Logo. Und jetzt müssen wir uns aber noch ums Depot kümmern. Weil ohne Löcher im Depot ein bisschen Krise. Okay, dafür haben die einfach so einen Stift. Den können die ansetzen und dann einmal durchdrücken. Und wir haben eben schon gesehen, der ist innen hohl und genau da sitzt jetzt nämlich der Ton drinne und den kann er dann rausdrücken. Ansonsten würdest du ja die ganze Masse nur verschieben. Aber der schneidet sozusagen rein mit einem Hohlraum und so kannst du dann die Löcher rein reinmachen. Aber ich finde das faszinierend oder ich hätte es irgendwie nicht erwartet, dass so viel bei der Cosmo Bowl Handmade ist. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass diese Köpfe regulär nur 15 Euro kosten. Also wenn da so viel Handmade dran ist, finde ich es wirklich krass. Oder? Ja, die ist auf jeden Fall nicht so schön geworden. So, dann wird oben noch ein bisschen abgeschliffen. Und dann habt ihr oben einen schönen Rand, wo man den HMD drauflegen kann. Und dasselbe auch nochmal unten, damit das Ding auch schön gerade steht, wenn ihr das mal auf einen Tisch stellt. Oder extra so eine kleine Station, wo die das Ganze nochmal testen können. Ja, und das wird eben so lange gemacht, bis das Teil auch schön gerade steht und oben auch schön gerade ist. Weil ansonsten hängt ein Onmo HMD da relativ schepp drauf und das wäre natürlich scheiße. Dann nochmal mit einem leicht feuchten Schwamm. Das ist ziemlich gut, um so einen Ton ein bisschen nachzubearbeiten. Und dann sollte das Ganze hoffentlich schön aussehen. Das heißt, wir haben den Ton in Form gebracht. Wir haben die klassische Cosmo Bowl hinzugefügt, die Rillen, das Logo und die Löcher plus den Standfuß und oben die Fläche, wo der HMD noch drauflegen kann. Dann gibt es einen Trockenraum, wo die erstmal ein bisschen ruhen können, bevor sie gebrannt werden. Für Montera machen die auch die Köpfe, Mantera. Und da habe ich letztens auch einen geraucht, der hat auch ein sehr geiles Depot. So eine Zwischenstufe zwischen normaler Cosmo Türkisch und nochmal einer Shot. Aber allein diese Masse an Köpfen da stehen zu sehen, finde ich schon geisteskrank nice. So, aber ich hoffe, wir sehen auch genau das Brennen gleich noch als nächstes. Da sind wir zum Beispiel die limitierte Weihnachtsedition, die hier noch mit rumsteht. Okay, jetzt kommen wir zum Brennen. Ich bin gespannt, ob er Zeit, also Dauer, die der Kopf da drinnen verbringen muss und Hitze erwähnt. Oder ob er das so betriebsgeheimnismäßig uns jetzt ein bisschen verheimlicht. Das ist ein Ofen, wie viele Köpfe sind da drin? Drei, sechs, neun, zehn mal vier. 40 Köpfe auf einmal, beziehungsweise sind das glaube ich sogar zwei tief, also 80 Köpfe auf einmal. Maybe aber sogar noch tiefer. Erst mal gucken, ob die noch gottlos heiß sind. Und so sieht er dann gebrannt aus. Wird auf jeden Fall durch das Brennen nochmal deutlich dunkler. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Kopf hätte, der noch eine Glasur hat, dann würde man erst einmal vorbrennen, dann wird er nochmal getunkt und dann wird er nochmal gebrannt, nur damit die Glasur aushärten kann. So, und das war es auch schon vor der Produktion. Danach kommt er noch in diese typischen Trinkbecher, die man von Cosmo kennt. Köpfchen rein und dann ab in den großen Karton und dann ab zu uns nach Hause. Und so werden Cosmobots hergestellt. Wild. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Handarbeit ist, aber umso mehr weiß ich meine Cosmobots zu schätzen.